Es geht schon wieder los, das darf doch wohl nicht wahr sein und damit einen wunderschönen Sonntagabend und ich konnte meinen Augen nicht glauben, ich hab wieder einen Hater. Es war ja auch lange Zeit ruhig, es musste ja dazu mal wieder kommen, ich wollte da eigentlich kein Video machen, gleich halb 10, Sonntagabend, ja, ich hatte mir überlegt, dieser Hater wollte Aufmerksamkeit haben. Ich wollte eigentlich auch einen Screenshot hier rein machen, nein, ich werde keinen Screenshot davon rein machen, weil ich denke mal, er weiß Bescheid, ignorieren wir ihn einfach. Noch mal zu der Sache, warum ich in letzter Zeit die Schützenfest-Choreo so oft mache, der eine oder andere hat sich ja besperrt, diese, ja, fällt die Schützenfest-Saison aus und, ja, ich vermisse sie. Deswegen munterre ich alle auf, Schützenfest-Choreo anzusehen und zu machen. Hä? Der eine oder andere hat gesagt, ich soll sie erweitern, mit Musik unterlegen, nein, ich möchte sie in der Form, wie sie war und ist, beibehalten. Weil, so kennt man sie, so ist auch RobinTV entstanden, kann man nicht sagen, aber das ist halt das beste Video auf YouTube und so wie es ist, soll es auch bleiben. Ja, eine weitere Sache, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Der eine hat auch gesehen, ich ernähre mich in letzter Zeit ein bisschen ungesund. Gut, das Problem ist einfach, ich hab mich versucht gesund zu ernähren, aber in diesen schwierigen Zeiten echt schwierig. Mein Plan hat's eigentlich so vorgesehen, Frühstück ausfallen lassen, in der Firma frühstücken, Mittagessen in der Firma, abends dann noch einen Apfel und dann ist es gut. Aber in diesen schwierigen Zeiten echt schwierig. Obst ist ganz schwer zu bekommen, hier in Köln merke ich. Und ja, so sieht's nämlich aus. Das müsst ihr verstehen. Ich bin natürlich dran, mich gesund zu ernähren, aber es ist gar nicht so einfach. Es kommt auch wieder die Zeit, wo ich mich gesund ernähren kann. Also, ich hoffe, alles ist gut. Ciao mit Frau Robin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.